Ja, das stimmt, wenn man da ja auch nicht irgendwie... ...meten oder so kann. Ja, und ich direkt aktiv so richtig dabei... ...sein kann. So, Osten 81 Kilometer, Norden... Jaaaaaaaaaaaaah, Nadok! Das hat mich sogar nervt, du. Weiß dich zusammen da. Ey, ich bin... Ich bin Kontrolle vom, äh... Ist da ein TÜV eingestellt da? Genau. Nimm eingestellt da. Genau, ähm... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sollte eigentlich laufen. Apropos. TÜV. Ich hab noch Beschwerde an den TÜV-Meister. Beschwerde an den TÜV-Meister, ja. Warum er Dark 400 erst kommt, wenn ich schon Dark 300? Weil sie momentan noch keine Probleme gemacht haben. Nicht? Okay. Er sagt, es ist was Gutes. Ja. So, gut. Er soll mal... Du musst auch nichts kontrollieren. ...Liquid Plus. Aber das heißt... Damit ich vielleicht über die Nacht nicht kontrollieren muss. Ich... ich... ...komm ja mit den Zeiten nicht nach. Das heißt... ...möchten mich nicht zu oft sehen. Das ist ja schade. Also jetzt, äh... ...es ist runder, äh... ...äh... ...er... ...fliegt zwar ab und zu noch ein bisschen aus. Ja, ein bisschen anders. Kann schon sein, dass das einfach die Animation ist. Das hab ich sonst auch schon gesehen. Müsste mal gucken, ob wirklich die... ...Kühlflüssigkeit überall gegeben ist. Ne, hier ist nicht gegeben. Deswegen fließt er aus. Aber wir kommen jetzt schon langsam an die 95 Mikmeter ran. 99. Hier drüben, wo du aber jetzt grad bist, Ed, da fliegen wenigstens Neutronen. Hier drüben fließen... fliegen sie ja gar nicht. Weil sie ja dort drüben wegstreuen. Sagt man ja. Ähm, aber nicht überall 95, oder? Ähm... Wir haben jetzt 106, 105, 103 und 106. So wie... Ja, läuft es mal. Ich werde im Norden und im Osten. Genauso wie es ist. Norden und Osten. Das ist aber die Ecke hier unten. Ey... Das heißt also, äh, Haarturbinen müssten sich eigentlich schon drehen. Nein. Mal lange. Nein, weil hier hinten kommt ja weniger an. Ah, okay. Ja, aber warum hat er da einen Norden und Osten höchstwert? Ja, hier kommt er 37 an. Norden 115, Süden 114, Ost 117, Westen 113. Ah, das macht ja warum am Osten die meiste Temperatur herrscht. Weil eigentlich ist da am wenigsten los. Was? Osten? Da. Ja, ich hab jetzt grad mehr Timmels Richtung. Nein, nicht hin. Was hat man da? Osten 122. Ja, wir haben noch Kühlprobleme. Das ist das eine, was wir noch haben. Wir haben Kühlprobleme. Ja, wie kann man die jetzt verheben? Sind die Endertanks? Ne, die Endertanks, die... Lärm dich. Wie verbrauchen wir hier? 230 Kubikler höchste Ansgarbe im Osten. Ja, weiter Endertanks, ich weiß aber, ich hab schon vier Stück. Kann man nicht 250 Endertanks dahin klatschen? Bzw. haben wir das Problem, dass wir eine Meiste nicht mehr rauskriegen. Wir haben schon drei Exportbasse. Und vor allem bei mir regst du dich auf wie ich mir regst. Ja. Was soll ich jetzt machen? Schreibt, du musst weitere Tanks in der Tanks bauen. Ja, hab ich ja grad gesagt, dass... Ja, wir wissen ja unser Problem. Das ist ja. Ihr wisst das Problem, aber ihr habt noch keine Lösung. Ja doch, ich hab schon ne Lösung. Problem ist wenig Kühlflässigkeit. Wart mal, ähm... Ja, das schreibt auch der 123MC ProPod. 123 sagt auch, du musst weitere Tanks in der Tanks bauen. Wie oft kommt das jetzt noch von euch? Das haben wir gerade eben gesagt. Entschuldigung, da hab ich jetzt wieder nicht zugehört. Ja, leider nicht zu. So, jetzt brauchen wir mal den Abteil. Ja. 41 Kilometer. So, 2 x 140 Kubikmeter. Süden und Osten. Warte, der Ultima-Diverser. Hallo? Sag ja, hier oben hast... Letztendlich muss das dann ja auch noch dargestellt werden, nur. So weit bin ich noch nicht. Ja, aber ich halt schon. Geld jetzt wieder? Ja, weil ich aus hab, aber... Boah, jetzt geht das nicht. Weil so ganz ganz kurz keine Kühlflüssigkeit überall führt. Gassering fließt ja nur in eine Richtung. Okay. I, T, M... Ehm... So... Krank... 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 Krantlbart... Grandlbärtchen... Extrakt... Das... Always... Ein kleines Quiz. 1, 2, 3. Weißt du aus der Sendung Krantlbad kommt? Ja, die Turbinen könnten sich ja auch gar nicht drehen, weil ja kein Lapprikant drin ist. Ja, das wollte ich ja auch noch machen, wenn wir da vergessen dürfen. Die Turbinen brauchen ja Schmieröl. Schmiermittel. Schmiermittel. Äh, ich könnte ja mal, hm, ich könnte ja mal hoffen, dass zumindest wir eine mal anschabeln, dass wir überhaupt sehen, wie viel Steam wir bräuchten. Du fuschst ja da unten rum, muss ich ja nicht mal mit rein mehr. Du bist ein Fischer. Ein Fischer, so. Fischer. Ja, insert. Was, du kennst den YouTuber oder Krantlbad? Das heißt. Okay. Wer meint eigentlich den Typen von Weihnachtsmann und Coca-G? Äh, hab ich irgendwo Lapprikant hingestellt? Kommt ja bald wieder, ist ja bald wieder Weihnachten. Weihnachtsmann, ich hab dir einen langen Brief geschrieben. Ich hab dir einen langen Brief geschrieben, dich alle Kinder lieben und ich hoffe, du liebst auch mich, Weihnachtsmann. Das soll mir dann erklären, ich kann bei Extrakten, achso. Ich weiß, du bist nicht so brav, zu dir kommt der Weihnachtsmann nur alle 10 Jahre. Musst du dir einen, äh, einfügen, Sascha? Ja, einfügen. Das liegt, äh... Äh, ich glaub, das geht noch mit Fluid Pie. Nein. Weil ich kann auch da nix anklicken bei Ihnen. Äh, sehen tust du's nur mit deinem, ähm, Angular Transduzera. Äh, wir hatten da noch Fluid Pipes, die wir sich auf dem Reaktor oben drauf gebaut haben. Die Originalen. Äh, was? Nicht. Fluid Pipes? Ja. Ja. Da hab ich nix mehr. Ne, wir haben jetzt hier nicht alle tausend Stück verbraucht. Hm. Weil keine tausend Stück gekraftet. Da waren tausend. Weil du meinst jetzt die Liquid Pipes. Also Liquid Pipes. Also das in der Tränen, ja. Ich dachte, es heißt, Fluid Pipes. Also mach mal so, was er da sagt, ob das geht. Also merkt, äh... Ich bin echt überfordert, wie ich die scheiß Flüssigkeit am schnellsten rauskriege aus dem I-S-S-T. Hm. Hahaha. So Murdoch, also, ähm, ja. Ja, ich höre dir zu. Also, ich dachte, du willst noch vorbeikommen. Ja, ich komm, warte. Das stimmt, das sind ja die falschen Pipes. Über die Pipes kann man ja kein Labrikant treffen. Das sind ja die Dampfpipes, die jetzt. Nein, 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 wir brauchen ja Labrikant Pipes. Das sind ja besondere, ähm... Fähigreich. Du kannst ja schon mal rüberlaufen, komplett. Ipe. Ach, komm, ey. Man muss mal so nach... Extra Utility. Was ist mit Extra Utility? Ja, ich schau grad da mal. Transfer Pipes. Ja, schnellere Möglichkeit, um das rauszuziehen. Wahrscheinlich, um da schneller zu... Ja. Speed... Äh, wo sind denn jetzt die... Abwärts... Machen wir hundert Stück. Schau mich leider nicht zur Mitte der Mods aus. Deswegen bin ich ja hier für die Bienen zuständig. Ich hab meine eigene Abteilung gesteckt, ähm... Ist dumm. Kann schon sein. Ja, bist du. Kann ich dir helfen? Den kann man nicht helfen. Jetzt... Deine Dummheit zu besiegen. Was dann... ...mit... ...mastifik abgehört. Ja, genau. Das hab ich grad vor. Wer ist denn denn die? Na komm, geh rein. Dann pack ich den Scheiß auch mal rein. Dann muss man halt unser Buch nehmen. Äh... Weil doch kläft der gehen. Ja, der darf der gehen. Warum? Weil er schlafen geht. Weil er schlafen geht. Ne, bin rausgeflogen. Achso. An Spiegel oder... Geht euch nicht... Geht euch nicht zu schlafen, mein Buch? Ja, der hat gesagt, dass er... früher muss. Du wirst lachen. Aber ich muss leider... ...morgen um 10 Uhr wieder arbeiten. Morgen! Sonntag! Mhm. Wärmste. Ja, am Sonntag fahrt auch der Zug. Ja, und das Schöne ist ja... ...und Sonntag gehe ich in die Nachtschicht. Ach, oh mein Gott. Was wird sich denn ab 20 Uhr wieder? Ist das jetzt bei der Deutschen Bahn oder andere Betriebe? Das ist ein Fahrtunternehmen, wo ich tätig bin... ...als Rangierlobsführer und... ...kümmern sich hauptsächlich um Güterverkehr... ...wo dann die... ...Container aus dem Hamburger Hafen... ...überall hin transportiert werden. Aha. Durch München, Bremerhaven... ...so weiter. So weiter. Du sagst es. Ja, ich sehe unser Problem. Du siehst es. Yay! Unser Problem ist einfach... ...plight and artistic. Es ist zu langsam. Die Corbine läuft. Reale Generator produziert. Wieviel? Wir sind momentan bei 40.000. Er hat gestimmt... ...Stack-Upgrade... ...Hamburg-Herzi. Ne, extra-Utility-Pipes. ...was nur ein Problem ist. Wir müssen es ja irgendwie... ...aus einem E rauskriegen. Ja, wir kriegen es nicht raus. Weil er nimmt den ersten Slot... ...und der ist immer leer. 1, 2, 3, MC. Wie alt bist du denn? Wenn ich das mal so fragen darf. Also Plight and artistic... ...kommt nicht nach... ...mit dem Senden von... ...Krisuren. Machst du neugierig? Wo siehst du es jetzt? Da oben im Interface. Also siehst du es. Also Slot ist leer. Ja. Die anderen sind... ...zitter jetzt auch leer. Ne, die hab ich grad weggemacht. Ja, weil das ist weg. Das hat nichts gebracht. Ja. Ach so, 16. Ein Schuss, der kommt nicht nach mit dem Senden. Das heißt, wir müssen bohren oder... Wie gesagt, ich bin Hamburg tätig... ...und... ...von daher ist... ...nach ne... ...plan B hab ich noch. Ich bin in den Hafen unterwegs. Ja. Ja. Jungsweise auch. Ich meine, die anderen Seiten, da werden die anderen Slots abgenommen. Ja, die anderen Seiten sind anders belegt, deswegen geht nicht. So. Meine Bedrock dran? Ja. Komplett voll mit Liquid Dings und die direkt. Ne, man hat mal, das geht auch nicht. Ne, man hat mal, das geht auch nicht. Der wird es ja wieder nicht schaffen mit den Pipes. Oh, das schafft das schon. Weil, da drüben muss man halt kein Problem haben. Daneben. Ja, von der schickt sie wieder rüber. Ja. Von der schickt sie wieder rüber. Ja. Der Lokführer, Grafen, der... Dann schickt die... ...wieder auf die anderen rüber. Dann haben wir offline genug Zeit, um da Alternativen zu finden. Extrakt. Always. Insert. Often, sometimes, never. So. Er gibt halt jetzt auch gerade keine wirkliche Strahlung ab, weil... ...hörst du was? Siehst du was? Ja, doch. Gut, hier drüben. Jetzt, jetzt hier drüben in der Ecke. Ja, weil er erst ja die Kuhn kühlen muss. So, die sind alle gekühlt. Das ist Flankenese. Kannst halt nirgendswohin. Sobald die Kuhn dich erwischen, heißt... Ah, okay. Dann hast du ja sicherlich heute auch die große Parade im Hamburger Hafen gesehen. So. Cool. Wir ziehen los mit... Da ist noch ein bisschen weniger gewesen. Das sieht schon ein bisschen besser aus, Ed. Rüben streut da wieder. Hier ist ein bisschen wenig Kühlung, aber das... ...heir es wird weniger. Kühlung. 17, 18. Sascha, dann achte mal bitte auf den... ...dampfdruck, weil, wie gesagt, die hinteren vier Turbinen... Hier fehlt auf alle Fälle. Eine Turbine läuft, ja. 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 Ihr habt denn hier die Team Lines, ja, letztendlich führen alle Team Lines zusammen, oder? Ja. Ja, jeder Einzelne, aber mal hinter. Ah, okay. Ja, jeder Einzelne mal hinter, aber letztendlich führt ja jede zusammen. Ja, ja, doch los. Da haben wir momentan ein Hochdruck von Süden bei 143. Ja, das ist ja nix. Er ist nur am Zocken, wir laufen hier, lass mal. Ja, sicher, sicher. Ja. 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 Vielen Dank.